Ich würde am allerliebsten einmal in meinem Leben das Loop-Gerät bedienen können. Aber ich weiss doch, dass das nicht geht, weil das ja auch sein Geheimnis ist. Ja, und das auch ein wenig können mit den Knöpfen und so. Und mit all dem, was er sich merken kann, das würde ich wirklich gerne können. Der hat den Sound und seine Stimme aufgesogen in seinem Körper, in seiner Seele und in seinem Herz. Und das ist so einzigartig. Und das ist so schön. Und das ist so schön.